Willkommen bei Focus & Shine Media. Als Unternehmer wissen wir, wie wertvoll Ihre Zeit ist. Und deswegen erkläre ich jetzt in unter zwei Minuten, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können, Zeit zu sparen und mehr Umsatz zu erzielen. Was haben erfolgreiche Unternehmen oft gemeinsam? Meistens loyale Fans, die bereit sind zu kaufen oder zu investieren, auch wenn es andere Alternativen gibt. Und warum haben sie viele Fans? Weil sie eine starke Marke aufgebaut haben und dazu gehört auch neben vielen anderen Faktoren gutes Storytelling. Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihre Geschichten spannend zu erzählen und somit mehr Menschen von Ihrer Arbeit zu begeistern. Mehr begeisterte Fans, mehr Umsatz. So, und wie kann man jetzt mit Videos Zeit sparen? Erstens, ein guter erster Eindruck hilft dabei, Ihre ideale Zielgruppe schnell zu überzeugen. Das ist nichts Neues. Aber wussten Sie, dass es äußerst lange dauern kann, einen suboptimalen Eindruck auszubügeln. Videos können Ihnen dabei helfen, von vornherein einen richtig guten Eindruck zu hinterlassen. Zweitens, mit Recruiting-Videos und mit Employer-Branding-Videos können Sie die schlauesten Köpfe Ihrer Branche leichter für sich gewinnen. Stichwort Fachkräftemangel. Drittens, mit Videokursen ist es möglich, effizienter denn je zuvor, Menschen einzuschulen, fort- und weiterzubilden. Die zwei Minuten sind jetzt mehr oder weniger um? Danke für Ihre wertvolle Zeit. Wenn Sie das Potenzial des Mediums Film in Ihrem Unternehmen nutzen möchten, dann kontaktieren Sie uns.